so leute wir haben neun monat es ist aktuell unglaublich heiß deswegen habe ich auch so ein bisschen länger für das video gebraucht ja neuer monat was ist passiert am channel sind ein paar neue sachen online kommen paar deck tags ein paar gameplays paar booster wie immer wir haben jetzt double masters ein bisschen was aufgemacht richtig richtig cooles set aber ich habe mal wieder kein glück damit aber das passiert des weiteren haben wir eine neue video reihe aufgemacht gerade so mit double sleeven triple sleeven welcher sleeves welcher marke funktionieren gut zusammen so wir hatten ein gewinnspiel wir haben dieses mal zwei sachen die wir verlost haben das erste sind die sleeves die gehen glückwunsch dafür dann haben wir einmal das booster pack das booster pack kommt hier und was in dem booster pack drin ist gucken wir uns jetzt mal so jetzt kommen wir wie immer zu diesem wunderschönen gewinnspiel nochmal herzlichen glückwunsch an dich und wir gucken uns mal an was du bekommen hast ich gehe wie immer so ein bisschen durch dass man das schon mal ein bisschen sieht die bestandaufnahme ist ganz gut dann haben wir anementoren brontodon und geisthaften dieb als rare schade aber ist nicht schlecht ich glaube tatsächlich dass die karte besser ist als sie als die meisten leute denken gerade weil sie in spirit ist ist in spirit sie ist ein geist egal herzlichen glückwunsch dazu melde ich bei mir genau wie der gewinner der katana sleeves einfach per mail und wir schauen wie die karten bzw die sleeves zum jeweiligen gewinner kommen ja herzlichen glückwunsch dazu ihr beide schreibt mir einfach über meine e mail adresse die auf dem channel findet hinten bei den kanal informationen schreibt mir einfach eine e mail dann gucken wir wie wir die produkte zu euch bekommen beim neuen gewinnspiel ist es wieder nur eine sache und zwar ein mystery boost egal was da drin ist wenn es eine mana crypt ist dann gehört sie trotzdem euch was sie dafür tun müsst ist ganz einfach schreibt mir in die kommentare was ihr in magic spielt also welches format ihr spielt mich interessiert das einfach mal weil eigentlich bin ich ja eher so in die richtung legacy ausgelegt aber ich habe anscheinend auch ziemlich viele leute die nur modern spielen oder standard spielen oder commander spielen die diesen channel gucken und sich an dem gameplay trotzdem mehr freuen oder eben auch nur die openings gucken und das würde ich ganz gerne einfach mal wissen unter allen die kommentiert haben wird dann eben ein abonnent rausgesucht und der bekommt dann mit dem random picker das booster wenn ihr wollt könnt ihr dem video natürlich trotzdem like da lassen wie immer ja was kommt sonst diesen monat diesen monat kommen noch ein paar hüllen reviews ich habe noch ein paar kombinationen gefunden die will ich euch natürlich nicht vorenthalten jetzt ist relativ viel double masters diese woche die letzte woche gekommen des weiteren habe ich schon einen blick auf jumpstart werfen dürfen das werde ich natürlich auch noch mit euch mal genauer betrachten bisschen was an openings ich habe zwei coole decks diese diesen monat die im decktag drin sind ja sonst wie immer sonntags gameplays und ich glaube sonst ist nicht viel gewesen so langsam fangen jetzt auch wieder die geschäfte an bei uns richtig aufzumachen bedeutet ich habe immer noch die hoffnung auf größere turniere und auf mehr turniere dass ich da auch vielleicht mal wieder was zu berichten kann aktuell sind es immer nur so ganz kleine betreffen uns mal und spielen mal zwei drei runden mehr war das dann noch nicht aber das bedeutet dass nächster zeit zumindest auch wieder die deckvielfalt ein bisschen nach oben geht hoffe ich zumindest aber das werden wir dann sehen ansonsten wie immer wenn ihr den channel unterstützen wollt tokens4mtg.com unten in der beschreibung ist der link da ist auch ein code den könnt ihr eingeben wenn ihr das tut und einem stände über zehn euro macht dann wird dem channel auch was dafür abgegeben und unterstützt mich damit ein bisschen ich glaube das war's von den aktuellen news ich weiß nicht ob da jetzt noch irgendwas dazu kommt wenn ja schneide ich sie noch hinter ansonsten sehen wir uns beim nächsten video bis dahin euer blechseid ciao